Es handelt sich um das Rezept für den sagenhaften Satanarchäolüge in Jalko-Höllischem Bunnensprung. Es ist einer der ältesten und mächtigsten bösen Zauber des Universums. Und er funktioniert nur in der Silvesternacht, war da, wie jedes Kind weiß, dass Wünschen eine ganz besondere Wirkung hat. Für jedes Glas dieses Zaubertranks, das du in einem Zuge leerst, hast du einen Wunschstrahl, der hundertprozentig in Erfüllung geht, wenn du ihn laut aussprichst. Mein Name ist Made. Maledictus, Made. Maledictus! 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 Maledictus!